1.200 Euro monatlich. Das bekommen die 122 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Pilotprojekts Bedingungsloses Grundeinkommen monatlich auf ihr Konto überwiesen. Ohne etwas dafür tun zu müssen. Gerade in der Corona-Pandemie für viele ein Segen. Um die Teilnahme hatten sich mehr als zwei Millionen Menschen beworben. Das Projekt wird im Rahmen einer Langzeitstudie wissenschaftlich ausgewertet. Bisher haben wir die Erfahrung gesammelt, dass die Menschen mit dem Grundeinkommen sich entspannen, entstressen und dadurch bessere, sozialere Entscheidungen treffen. Dass sie sich ehrenamtlich engagieren, dass sie weniger Neid empfinden, dass sie produktiver arbeiten, dass sie Jobs finden, die besser zu ihnen passen, sich weiterbilden oder selbstständig machen. Aus all diesen Eindrücken haben wir Hypothesen formuliert, die wir jetzt versuchen in der Forschung zu überprüfen. Neben dem Verein Mein Grundeinkommen ist auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung an der Studie beteiligt. Falls die Studie zeigt, dass das Grundeinkommen deutliche Effekte hat, sollen im Rahmen des Pilotprojekts weitere Studien folgen.